So, willkommen zurück Leute. Wir machen heute nochmal Chartanalyse. Viele haben gefragt, ob ich AKT, Akash Network mit aufnehmen kann. Dementsprechend den schauen wir uns heute an, der ja nun wirklich ein nennenswerter Konkurrent zu Render, Render Network auch ist. Und dementsprechend wollen wir vorher dort einmal noch kurz in den Chart springen, weil wir dort auch ein vermeintliches kleines Update haben. So wirklich nennenswert ist das noch nicht. Schaut euch gerne dazu die vorherige ausführliche Analyse zu Render an. Denn jedenfalls gab es ja jetzt auch wieder über Nacht so einen kleinen Flash Crash und einen vermeintlichen Rücksetzer, dass jetzt doch schon die erste stärkere Korrektur vielleicht mal eingeleitet werden könnte, was ja auch wirklich Zeit ist in den Märkten. Und grundsätzlich hat er hier natürlich in Blau die Ziel-Level abgearbeitet und eine Gesamtkorrektur der gesamten Aufwärtsbewegung wäre wünschenswert. Und daraus schließt sich das schwarze Level jetzt letztendlich hier von 2,22 bis 1,60. Ja, da müssen wir definitiv drauf achten, wie stark der Bitcoin jetzt tatsächlich zurücksetzt. Der hat einmal kurz die 40.000 nochmal wieder angelaufen. Ich wage jetzt zu bezweifeln, dass es jetzt nochmal richtig stark runter geht. Grundsätzlich wäre es natürlich wünschenswert, wenn wir auch bei Bitcoin Richtung 32.000, 35.000 nochmal anlaufen würden. Aber ja, mit den ETFs und all solchen Geschichten und dass wir definitiv auch gerade in einem Pre-Bull-Zyklus sind, näher und näher auf das Harving zulaufen, wird es relativ schwierig, dass wir noch wirklich deutlich tiefere Preise sehen. Und ja, die großen Fische sind auch einfach nicht bereit, aktuell abzuwerfen. Dementsprechend bleibt das abzuwarten, ob das wirklich angelaufen werden kann. Ansonsten, grundsätzlich ist natürlich auch die richtungsweisende Bewegung für Render immer noch Bullish. Und wir wollen definitiv optimalerweise noch vor dem Harving im Zyklus hier bei Render auch schon mal auf die 5,40 bis 6,35 zu laufen. Ziel-Level hier in Türkis. Wie er das macht, das müssen wir natürlich abwarten. Optimal wäre natürlich genau das hier auf korrektiven Wege. Und zack, das wäre ein absolutes Lehrbuch von Chart. In dem Sinne, grundsätzlich, wie stark die Korrektur ausfällt, können wir aber nicht wissen. Der kann auch straight durchziehen, dementsprechend grundsätzlich für Render. Zum Trading wollen wir natürlich immer die optimalen Einstiegsbereiche haben, damit wir hier auch eine Long-Position eröffnen können. Für Spot-Positionen sind das aber natürlich immer noch keine schlechten Einstiegspreise, weil wir nach einem Jahr natürlich auch eine Steuerfreiheit haben. Und grundsätzlich, wie bei Render in der Long-Term-Analyse, natürlich auch erwarten, dass er definitiv zweistellig wird. Dementsprechend ist 3,50 immer noch gar nicht so schlecht. Nennenswerter Konkurrent jetzt aber Akash, AKT. Ja, geht natürlich in eine andere Richtung speziell. Was natürlich hier in dem Fall Cloud-Computing natürlich auch betrifft bei Akash-Network. Und wir haben da einfach den Vorteil der Dezentralität. Ja, das ist definitiv eine Geschichte, die wir Render voraus haben. Oder die Akash-Render voraus hat. Warum natürlich jetzt auch viel Hype, viel Anwendung stattfindet. Und Vorteil für uns natürlich auch das Renditepotenzial, da Akash-Network im Vergleich zu Render natürlich auch noch ein bisschen kleiner ist. Das heißt, es muss deutlich weniger Geld reinfließen, das entsprechend Aufwärtspotenzial ist. Damit will ich natürlich nicht sagen, dass das Projekt besser ist als Render. Render hat natürlich schon viel, viel mehr Fuß gefasst in dem Space, Rechenleistung, GPU etc. Und natürlich auch massive Partner mit Apple, Nvidia, Marvel und keine Ahnung, was da alles schon in der Hinterhand. Deswegen den Render ist so ein bisschen, ich sag mal einfach, das etabliertere, sichere Projekt. Aber Akash würde ich dem mal schon gegenüberstellen, dass da jetzt auch noch mehr Potenzial ist. Auch natürlich aus Renditesicht. Wenn wir uns das Ganze angucken, auch bei Akash, dadurch, dass, also bei AKT, dem Coin in dem Sinne, hier natürlich das vorherige High geschlagen wurde, ist definitiv auch hier die richtungsweisende Bewegung sehr bullish. Und das sind auf jeden Fall die nächsten Ziele. Wir können natürlich hier noch nicht ganz so viel einsehen, weil das Projekt natürlich noch ein bisschen frischer auf dem Markt ist. Wenn wir weniger Chartdaten haben, grundsätzlich, ja, können wir natürlich auch auf CoinEx kaufen. Und richtungsweisende Bewegung nach wie vor bullish. Wir gehen davon aus, dass wir noch 2,75 bis 3,25 auf jeden Fall vor dem H-Wing noch anlaufen. Und wenn das gemacht ist, na, irgendwie sowas in die Richtung, dann können wir natürlich auch vielleicht auch mal eine größere Korrektur erwarten und dann unsere übliche Wellenbewegung wieder einzeichnen und auch Richtung 5 Dollar angreifen. Aktuell ist es aber definitiv möglich, dass auch hier natürlich der gesamte Markt so ein bisschen den Rücksetzer anläuft. Dass es auch hier bei AKT hoffentlich mal stattfindet, weil viele natürlich auch noch nicht in dem Projekt drin sind und gerne so einen Rücksetzer erwarten. Hier die Kerze hat natürlich schon viel kaputt gemacht. Ja, das wären aber definitiv die neuen Bereiche und zwar 1,41 bis 1,18. Soweit könnte er definitiv nochmal zurücksetzen, dass er hier den Bereich voll ausschöpft. Das heißt, wir können ihn dann definitiv auch per Spot in dem Sinne natürlich weiterhin akkumulieren. Ich weiß gerade nicht aus dem Kopf, ob er auch schon beim Future Trading zur Verfügung steht. Muss man einfach mal reinschauen. Jedenfalls kaufen kann man ihn sonst natürlich auch auf CoinEx. CoinEx. Auf CoinEx kannst du über 700 Kryptos handeln und von exklusiven Neulingsboni profitieren. Melde dich jetzt über den Link in der Videobeschreibung an und profitiere von einem 25.000 USDT Pool. Zusätzlich erhältst du einen 10 Dollar USDT Cashback Voucher, um deine Tradinggebühren zurückzubekommen. Viel Spaß auf CoinEx. Also, mögliche Korrekturen in dem Sinne bei Render und bei Arc Cash in die entsprechenden Bereiche. Grundsätzliche richtungsweisende Bewegung aber natürlich Bullish. Und da gehe ich ziemlich sicher von aus, dass wir im Pre-Bull-Zyklus, also vor dem Halving hier, definitiv auch die C-Level hier in Grün noch abarbeiten werden. Das muss er aber natürlich erstmal machen. Erst wenn er das wirklich gemacht hat, dann haben wir auch mehr Chart-Daten und können sehen, ah, okay, es kommt vielleicht doch nochmal eine größere Korrektur oder es geht straight weiter Richtung 5 Dollar. Das sehen wir aber erst dann, wenn es soweit ist. Das sehen wir jetzt.